Süße die Glocken, die klingen, als so der Weihnachtszeit. Herzlich Willkommen am 1. Advent bei Ihrem Remscheider Fernsehen Tele-DMW. Da wollen wir auch direkt die erste Kerze mal anmachen, in Gold heute. Hier ist die Wocheninfo mit den Breaking News aus Remscheid und anderen Städten. Die gehen diesmal bis zum 27. November 2022. Im Studio hat für Ihnen Platz genommen Ihr Herweskamp. In der ersten Meldung geht es um eine alte Dame, die wahrscheinlich nicht geguckt hat, ob ein Auto kommt. Die Konsequenzen sind ja immer furchtbar. Am Mittwoch, dem 24. November 2022, kam es um 17.55 Uhr an der Einbindung Bliedinghauser Straße zur Ziegelstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Ford und einer Fußgängerin. Ein 58-jähriger Remscheider befuhr mit seinem Ford Fiesta die Bliedinghauser Straße in Richtung Burgerstraße. Als der Fiesta-Fahrer auf die Ziegelstraße einbog, kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einer Kollision mit einer 88-jährigen Fußgängerin, welche die Ziegelstraße überquerte. Durch den Zusammenprall stürzte die Frau zu Boden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dazu kam der Rettungswagen vorbei. Wahrscheinlich hatte die Frau nicht geschaut, ob ein Auto kommt und ist einfach losmarschiert, wie es oft bei älteren Menschen vorkommt. An dem Ford Fiesta entstand kein Sachschaden allerdings. Also, es ist nichts Ungewöhnliches, wenn man mal bei Ebay oder Amazon etwas verkaufen möchte. Entweder verschickt man die Sachen per Post oder, wenn man nett ist, können auch die Leute die Sachen abholen und derjenige, der Käufer, spart dann die Versandgebühren. In diesem Fall ist es aber nicht glimpflich ausgegangen, denn ein Handyverkauf endete als versuchten Raub. Am Freitag, dem 25.11.22 kam es gegen 18.10 Uhr in der Halsgestraße zu einem versuchten Raub. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 46-Jähriger, sein Mobiltelefon über eine Internetplattform zu verkaufen. Eine männliche Person, die sich als Käufer ausgab, suchte ihn dazu in seiner Wohnung auf. Während des Verkaufsgesprächs nahm der vermeintliche Käufer unvermittelt das Telefon und flüchtete damit ins Treppenhaus. Dort gelang es dem 46-Jährigen, den Mann kurz festzuhalten und das Mobiltelefon zurückzuerlangen. Im Rahmen der folgenden Auseinandersetzung setzte der Täter ein Messer ein, ohne den Geschädigten damit zu verletzen. Gott sei Dank. In der Folge setzte er die Flucht ohne seine Beute fort. Der Flüchtige ist ca. 20 bis 25 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 groß. Er hat eine schlanke Figur und trug bei Tatausführung dunkle Kleidung. Eine Attraktion ist es nicht gerade, aber ein ganz interessanter Unterstellort für Fahrräder, die gerne mal an Bahnhöfen geklaut werden. Das soll jetzt nicht mehr möglich sein. Ein sicheres Konzept, denn der Bahnhof Lennep hat jetzt Radboxen. In Remscheid wird demnächst ein weiteres und neues Radverkehrselement aus dem Radverkehrskonzept umgesetzt. Am Bahnhof Lennep sind seit dem 24. November 2022 die ersten Radboxen Remscheids zu entdecken. Sobald Anfang 2023 alle notwendigen Infrastrukturarbeiten erledigt sind, sind die einsatzfähig. Insgesamt werden zehn Radboxen aufgestellt, die alle mit Lademöglichkeiten für E-Bikes ausgestattet sind. Schon bald können Interessierte somit ihr Fahrradwitterungs- und Diebstahls- und Vandalismusgeschützt abstellen und sich auf die Reise mit weiteren Verkehrsmitteln begeben. Alle Jahre wieder kam der Herr Helmut Schmidt, auf die Erde nieder, brachte der Kippe mit. Ein Blick ins Bergische Land. Wir schauen heute nach Kürten in den rheinbergischen Kreis. Da gab es nämlich einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Auf der Bechener Straße in Kürten kam es gegen 11.30 Uhr am Freitag, dem 25. November 2022, zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein Fahrer beabsichtigte, mit seinem dreirädigen Leichtkraftrad, der Marke Piaggio, aus der Straße unter Blissenbach kommend nach links in die Bechener Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen 54-jährigen Duisburger, der diese aus Fahrtrichtung Spitze kommend mit seinem LKW der Marke Mercedes befuhr. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Bei Eintreffen der Polizei waren bereits ein Rettungswagen und die Feuerwehr vor Ort. Der Piaggio-Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer verstarb jedoch trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Der LKW-Fahrer und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall augenscheinlich leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Zur Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Köln hinzugezogen. Die Bechner Straße war extrem lang vollständig gesperrt. Ja, meine Damen und Herren, wir lieben Deutschland. Ich darf Ihnen einen kleinen Fernsehhinweis geben. Wir haben ein WM-Studio. Ein paar Mal kommt das noch. Einmal im Ganzen auf Tele-DMW. Und da gibt es die aktuellen WM-Ergebnisse. Und immer um 23 Uhr erscheint die Sendungen. Das ist doch der Hammer, ne? Aber ich will Ihnen kurz ein paar Infos geben, die Sie in den letzten Sendungen erfahren konnten. Zum Fußball, zur WM. Der Ball rollt. Für Deutschland. Das Vorrundenspiel. Das erste ist nämlich daneben gegangen, in die Hose gegangen. 1-2 gegen Japan. Das war nicht gut. Und heute Abend spielen wir ja gegen Spanien. Das wird auch noch ein gefährliches Spiel. Tut mir leid, ich kann voraussehen. Ich sag mal zum Zeit, das kommt erst heute Abend, das Spiel. Aber ich vermute mal unentschieden. Und Sie werden wohl sehen, dass ich recht habe. Entweder 0-0, 1-1, irgendwie so unterstehen. Unentschieden. Und damit haben wir nicht mehr viele Chancen. Tja, es gab auch ein paar Skandale. Ganz kurz gesagt, das Ding mit der Armwinde. Dann halten die sich alle den Mund zu. Beim Gruppenfoto. Iran weigert sich, die Nationalen zu singen aus Protest. Und der FIFA-Boss, der Präsident, schockt die Katara mit der Aussage, ich fühle homosexuell. Ja, was er hinterher wieder zurückgenommen hat. Na, also da ist schon was los dahinten. Wir bleiben für Sie am Ball. Schauen Sie auf unserer Homepage, auf tele-dmw.de, WM-Studio rein. Sie sehen da auch die Sendezeiten, wann wir Ihnen die neuesten Ergebnisse präsentieren. Viel Spaß bei unserem Sendung. Wer Pflicht hat sie ausgesetzt, AKWs nahm sie vom Nest. Nun die nächste Sensation, Frauenquote, Mindestlohn. Homo-Ehe-Inklusion, sagt mal, was sagt ihr dazu? Die Linke heißt jetzt CDU. 0179, 3131444, 0179, 3131444, 0179, 3131444. Der Radar-Bönder-Wagen stand zwei Wochen lang auf der Freiheitsstraße. Jetzt ist er weg und wir fragen uns, wo er ist. Wenn Sie den gesehen haben, melden Sie es unserer Telefon-Hotline. Wir werden es allen bekannt geben auf der Homepage. Wir haben noch eine Vollsperrung. Eine dreitägige Vollsperrung auf der Menninghauser Straße ist angesagt. Weil ein Fertighaus angeliefert wird, wird die Menninghauser Straße zwischen der Hausnummer 68 und 70 von Donnerstag, dem 1. Dezember bis einschließlich Samstag, dem 3. Dezember 2022 von 6 bis 19 Uhr vollgesperrt. Eine Durchfahrt zwischen der Reinhard-Mann-Straße und Menninghauser Straße ist dann nicht möglich. Für den Fußverkehr bleibt der Gehweg frei. Ortskundige werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Eine Umleitung wird eingerichtet. Außerdem noch eine Warnung. Solinger Straße, Kreuzung Losenbüchler Straße, Hammerstraße. Dort ist eine Baustellenampel, die macht alle verrückt. Und so mancher Blitzer ist immer gut versteckt. Ich darf Sie mal davor warnen, auf der neuen Kamerabrücke sollten Sie nicht so schnell fahren. Morgens, hauptsächlich so gegen halb neun, einmal, zweimal im Monat, werden in den Brückenpfeiler Blitzgeräte, Funkkameras geklemmt. Und dann sind Sie fällig. Vorsicht. Und es gibt noch mehr Stellen in Remscheid, wo Sie fällig sind. Bitte schauen Sie jetzt. Die Stadt Remscheid hat tief in die Tasche gegriffen. Auf der neuen Kamerabrücke steht jetzt eine Litfaßsäule mit Lasertechnik. In Fahrtrichtung Lennep kann nicht mehr gerast werden. Hier ist Tempo 50, genauso wie in der anderen Richtung. Die Säule steht schwarz an der Seite und wird nicht so schnell nachts gesehen. Aber in der anderen Richtung kann sie auch blitzen. Ja, das kann sie. Auf der Freiheitsstraße gibt es jetzt einen Angriff auf Ihren Führerschein. Sie sollen tatsächlich nachts von 22 bis 6 Uhr wegen Lärmschutztempo 30 einhalten. Das packen die meisten nicht. Wollen Sie nach der Goldenberg-Kurve schnell über die Remscherstraße nach Lüttringhausen fahren? Da gibt es jetzt Kontaktschleifen. Und zwar vor der Schule Goldenberg. Hier ist auch ein Starrenkasten installiert worden. Den man besser sehen kann durch diese tolle Deutschlandfahne. Also dort, wo die Deutschlandfahne ist, bitte vorsichtig fahren. Hier ist von 7 bis 21 Uhr Tempo 30. Tempo 30 wird in Remscheid meistens gegen 17 oder 21 Uhr aufgehoben. Aber nicht, wenn man Geld verdienen will. Dann macht man auf der Lennepa-Straße an der Kreuzung-Kreulingstraße ein Tempo 30 ab 22 Uhr. Und dann stellt man natürlich auch eine Litfaßsäule hin, die in beide Richtungen blitzen kann. Daran können und wollen die Remscheider sich natürlich nicht gewöhnen. Und nachts macht es dann immer wieder Blitz. Und das riecht natürlich die Autofahrer auf. Und natürlich ist das eine gute Einnahmequelle. Gute Idee. Immerhin kann man ja sagen, dass die Anwohner dort nicht richtig schlafen können, weil die Autos zu laut sind. Aber man muss auch bedenken, man kann keine Litfaßsäule aufstellen, wenn man 20 Meter davor die Tempo 30 ankündigt. So schnell kann man ja auch nicht korrigieren, oder? Verehrte Zuschauer, das war die erste Adventsausgabe hier im Remscheider Fernsehen Tele-DMW von 2022. Im Anschluss gibt es noch was. Auf jeden Fall die Witz der Woche und die Quoten. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen, friedlichen ersten Advent und darf mich für heute verabschieden. Wir sehen uns hoffentlich beim zweiten Advent wieder. Hier ist das Remscheider Fernsehen. Tele-DMW Tele-D-M-W Was für eine Wahnsinnsshow Remscheider Fernsehen Beim Frühstück und beim Abendbrot Während der WM sind wir natürlich auch dabei und präsentieren Ihnen die aktuellen Ergebnisse und alle freuen sich drauf. Die Sendezeiten finden Sie bei uns auf der Homepage auf tele-dmw.de und dann auf den Button WM-Studio klicken. Vom 22. November bis zum 18. Dezember sitzt Herr Westkamp im WM-Studio für Sie elfmal und präsentiert Ihnen die aktuellen Ergebnisse, die Sie selbstverständlich auch auf unserer Homepage sehen können. Freuen Sie sich auf unser WM-Studio. Tor, 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 Tor! Kein Tor, kein Tor, Tor! Tele-D-M-W Geil! Geil! Hey Leute, hier ist euer Benedikt. Und heute gibt es noch was ganz Besonderes. Es geht um Tele-D-M-W. Dirk Michael Westkamp. Guter Mann. Mag ich. Abonniert. Tele-D-M-W Einfach genial, dass es nicht geht. Schade. Der Typ mit den 1000 Zetteln ist wieder da. Jawohl. Hier der ist weggeflogen. Musste einer drauf treten. Aber ich kenne den Witz immer noch. Der Lehrer nimmt im Unterricht Hannes dran, zeigt auf die Weltkarte und fragt, wo ist Amerika? Und Hannes sucht und findet Amerika und zeigt drauf. Richtig, lobt der Lehrer und fragt an die ganze Klasse. Und wer hat Amerika denn entdeckt? Und da schreit die ganze Klasse Hannes! Bis dann! Wann! 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 Warum, 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 er suchte eine Frau und weil er es nicht kann, macht ihn es nicht mehr an. Hier war das Rämmenscheiner Fernsehen TV-DNB. Bis nächste Woche. DnB aus Rämmenschein. 0179 3131444. Alles worauf ich stehe, ist TNB. Alles was ich seh, ist Tele DMV